Was ist ein zystisches Neoplasma? Ein zystisches Neoplasma ist ein abnormales Wachstum am oder im Körper, das durch eine ungewöhnlich schnelle Zellproduktion verursacht wird. Diese Gewebemassen können in vielen Organen des Körpers vorkommen oder sich direkt unter der Haut befinden. Wenn die Zyste einen sichtbaren Klumpen bildet, spricht man von einem Tumor? Darüber hinaus können sich zystische Neoplasien zu Krebs entwickeln oder nicht krebsartig sein, wobei Bildgebungstests eine spezifische Prognose bestimmen. Behandlungen für zystische Neubildungen umfassen häufig die Entfernung von Zysten. Der Begriff zystisches Neoplasma leitet sich von dem Begriff Neoplasie ab, der sich auf eine Überproduktion neuer Zellen in einem bestimmten Bereich des Körpers bezieht. Wenn diese Überproduktion ein sakkatiges, abgeschlossenes Objekt erzeugt, das deutlich vom betroffenen Gewebe getrennt ist, entstehen Zysten. Das innere einer Zyste kann fest sein oder mit Flüssigkeiten oder Luft gefüllt sein. Wenn das zystische Neoplasma beginnt, das Körpergewebe zu infiltrieren und zu schädigen, handelt es sich wahrscheinlich um eine Krebserkrankung. Spezifische Ursachen für ein zystisches Neoplasma sind weitgehend unbekannt, obwohl genetische Faktoren einige Zustände weitgehend beeinflussen können. Das beschleunigte Zellwachstum ist häufig klonaler Natur, was bedeutet, dass eine einzelne abnormale Zelle mehrere genetisch identische Kopien von sich selbst produziert. Die resultierende kleine Kolonie von geklonten Zellen füttert und stimuliert dann das Wachstum des Neoplasmas. Die meisten inneren Organe können zystische Neoplasien entwickeln. Beispielsweise können in der Bauchspeicheldrüse oder den umgebenden Organen Zysten auftreten, die eine als Muzin bekannte Substanz produzieren. Es gibt auch mehrere Unterteilungen bestimmter zystischer Neoplasien, die sich durch ihre Struktur, Lage und das Malignitätspotenzial unterscheiden. Beispiele für Unterteilungen umfassen Zystardemona und Papillentumoren. Im Gegensatz zu zystischen Organ-Neoplasien werden hautnahe Sorten als zystische Talg-Neoplasien bezeichnet. Die Symptome für zystische Neoplasien können je nach Lokalisation allgemein oder spezifisch sein. Eierstock-Zysten können beispielsweise Blutungen hervorrufen oder den Menstruationszyklus einer Frau behindern. Das vielleicht häufigste allgemeine Symptom sind Schmerzen, insbesondere wenn das Wachstum gegen ein Organ oder einen Nervenbereich drückt. In vielen Fällen verursachen die Wucherungen jedoch keine spürbaren Nebenwirkungen. Imaging und Scannen von medizinischen Geräten bieten eine der besten Möglichkeiten, um ein zystisches Neoplasma zu erkennen, insbesondere wenn das Wachstum keine merklichen Knoten oder offensichtlichen Symptome hervorruft. Computertomographie und endoskopische Sonographie sind zweigebräuchliche Detektionstechniken. Bei beiden Methoden werden digitale Bilder des Körperinneren erstellt. Die Behandlungsprotokolle variieren je nach Fall des zystischen Neoplasmas. Wenn das Wachstum nicht aufdringlich oder schädlich ist, kann es in Ruhe gelassen werden. Schmerzhafte oder maligne Tumoren müssen jedoch normalerweise entfernt werden. Dieser Schritt wird oft durch chirurgische Techniken erreicht.